bei ihnen und ich habe die Aufnahme an und ausgemacht Hoffaar ja und wir sind ja wieder in Centro ich habe die Aufnahme an und ausgemacht und Prozent ja und statt ins Kini und deswegen ist eine Minute haben wir vorgespielt ist nicht viel ja alles klar komm ja weiter ich bin ich hätte ich möchte an die Unterhaltung war es cool ich will das nicht sehen ich schon nee das da die willst du nicht sehen nein und die langweilig hast du Untertitel an ja sicher da komme ich gerade rein oh ist das deine? nein ich habe blonde Haare irgendwie genommen, keine Ahnung warum ne ok ich meinte die Frau ich weiß nicht warum ich die Wärze genommen habe, das wäre auch voll geil oder? aber sie sieht schon freundlich aus sie mh? hat eine schöne Kette, also meine ich ja jeder guckt auf die Kette, Alter äh ok komm sterbt alle oh die Apkalypse ich kann nicht schweben nein der ist hässlich sieht fast so aus wie du nee nur du kannst nicht schweben sieht fast so aus wie Tom nein Spaß weil ich kann schweben die Kopf guck dir mal an, der hat ein schwimmendes Cape oder was und schöne Haare nein der hat das doch hinten rechts unter der Schulterklappe, Mensch ach so ich sag das schon ich bin schlauer ne es ist vorhin halt so aufgestanden guck mal die kann auch fliegen ja cool äh nein geschützt das ist meine ey ey du machst die Kette kaputt nein nicht die Kette ich brauch die später noch Alter Batsch ja du kümmerst dich gar nicht da drum du sitzt bestimmt grad aufm Klo äh was mach ich? du sitzt bestimmt grad aufm Klo äh passiert da draußen was alter so laut hab ich doch gar nicht gefrutzt und ladescreen und ladescreen und ladescreen ey ich bin doch da alles ist ok du kannst weiterspielen oh ja sorry ey du liegst aufm Boden ich hab mich nur auf beschäftigt gestellt bei Dingen lag ich da nicht grade? best cap hab ich mich nur beschäftigt ja Pistole komm aber wenn wir gleich in diesem ich hab keine Pistole wenn wir gleich in diesem hä? hast du keine? ne ja ok hey doch mach Mausrad du hast eine oh ich hab doch eine ja komm lass die Nutter oh ich so mach es ja was warte ja ey ich drücke aus aber du nimmst jetzt von überall eine Waffe eine Shotgun eine Panzerfaust alles gell ja ich hab kenn das Spiel ja noch nicht deswegen ja danke dass du mir sagst bitte bitte seien wir mal das hui oh deine Panzerfaust die brauchst du noch die ist geil ich nehme mal die Shotgun ne alles klar ne ich mach eigentlich nur Messerangriff das sieht am geilsten aus boah ich wollte den grad abknallen hund in Keier das ist kein wohin so guck malませ Aua! Hilf mir! Alter, scheiße! Warte, jetzt... Aua, du schießt mich ab, weißt du das schon, ne? Ich brauch jetzt glaub ich mal die Panzerfaust, ne? Ja, danke, dass du mich... ich trenne! Nein! Du stehst halt beim Weg! Nein! Nein! Ich war das nicht! Oh, hi, gut, wüsste ich. Jetzt dürfst du gleich sein! Oh, mir geht's glaub ich auch nicht mehr so gut. Warte! Ich helf dir mal! Du, ah, so, ja, so macht man das! Ja, ja, Leben auffüllen! Komm, ich, ich muss halt eben, das ist mal... Ah, so... Hey, Shotgun! Alter, du kannst dich viel schneller töten, ich glaub, du hast es so eingestellt, dass ich dich nicht so schnell töten soll. Na, mal mit der Shotgun, auf mein Kopf! Ja, ist das ja schon Leben verloren. Ja, aber trotzdem... Sie so gemacht! Wie ziehst du denn du? Ich zieh' genau auf Köpfchen! Wieso, guck mal, jetzt lieg sie da? Vor, vorhin hast du auf die Brust gezählt, weil ich höre aber... Jetzt schieß' zweimal auf Kopf! Kannst du zeigen? Kannst du zeigen? Kannst du zeigen? Bam! Ja, mit einem... Ja, lass mich doch in Ruhe, ich schieß' voll gut! Komm, komm, ihr müssen mir jetzt abknallt! Messerangriff! Okay, Messerangriff! Guck mal, wie geil das ist! Ich tritt die einfach um! Ich tritt die einfach um! Ich tritt die einfach um! Du tritt die einfach um! Du tritt mich hier um! Das ist schon klar, oder? In die Eier und... Ne, du musst anrennen, das ist geil! Zack! Das war meiner! Trotzdem lebt er noch! Ja, jetzt nicht mehr! Wasch auf mich! Nein, ich will schießen! Ne, schieß' du! Du hast Aufnahme! Äh, wir schießen doch beide! Nebeneinander! Echt jetzt? Ja, sicher! Ja, du weißt es ja alles schon, ne? Nein, wir schießen... Nein, keine Ahnung, was passiert denn jetzt? Genau! Ui, ich kann rutschen! Tony Hawk, Alter! Nur ohne Skateboard! Das ist voll geil! Schieß' du jetzt auch? Na, sicher! Bam, 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 bam! Aaaaaaah! Hey, du schießt alle ab, du! Ja, rechts, weil ich ja, stand ja da! Oh, stand Assa! Ja! Ich lese das nie durch! Glaub ich! Merkt man! Assa doch ruhig! Nein! Guck mal, ich bin viel besser als du, Alter! Boah, eigentlich wollte ich so'n Chuck Norris Bart nehmen! Ja, ich wollte eigentlich auch nochmal einen kleinen Charakter erstellen! Wollte nur nicht, weil es ja mit dem Ladefehler nicht so ganz verhauen wollte! Boah! Aber jetzt funktioniert es ja wenigens, ne? Dank mir, ja! Dank mir! Erstmals! Alter! Wir haben ein paar Probleme! Erinnert es dich nicht an irgendein Spiel, wenn sie so da stehen? Nein! Kenn ich überhaupt nicht! Space Invaders? Ja! Diese kleinen Fagmentchen da! Tut 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 tut! Oder Chicken Invaders! Ja, Moonball oder was? Ne, Chicken Invaders! Warhol! Was? Okay, aber wenn man das alleine spielt, doch, dass wir länger! Ja, wir ballern auch zu zweit drauf! Hast du grad dich gesehen? Oder mich? Keine Ahnung! Der einzige Unterschied bei uns ist die Frisur! Yo! Nein, wir können die Person ja hinterher noch... Sag mal einfach, wie sie das dann? Sag mal einfach, wie sie das dann? Sag mal einfach, wie sie das dann? Sag mal einfach, wie sie Zwillinge! Mit anderen Outfits dann! Nur, ich bin der Coolere! Ich bin neulich, oder? Der Schlaure! Ne, das bin ich! Ich hab doch die schwarzen Haare! Braun bei mir! Ja, Braunschwarz! Ja, das ging! Und von meinem Rasen! Die Kinnies! Es geht weiter, alles klar! Es bin nichts! Ehhhhhh! Ehhhhhh! Alter, wir haben uns ganz schnell abgewechselt, so! So, ne, kleirende Ladepause! Komm! Ich darf mit der Maus aus die Mabel! So ne, kleine Ladepause! Ja, ich geh kurz raus, ich schick meinem Bruder ins Rennen! Oh, ich hab abgewartet! Ich dachte, der stinkt nicht! Schade! Der macht dich fertig, Alter! Ja, komm mal, wie groß er ist, der würde mich mit einem Just- mit dem Arschritt schon töten! ja, Volker Fummeister, ne? Ja! Du kannst nicht schießen, weil Kopfnuss redet nicht so 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 seltsam Ich bin Lea Toste Lea Toste Lea Toste Lea Toste Lea Toste Lea Toste Du, so was auf dem Boden jetzt gleich wärst du, wärst du schon längst tot eigentlich, ne? Nein! Du bist Präsident, du stirbst nicht so schnell Präsident kann alles, Präsident hat, Mächte Guck ihm nicht unter den Rock äh, hat sich auch nicht vor Ganz sicher? Das sah so aus Der Seltsügelflügel wurde geschafft Ich hänge im Land, so geht es weiter, ich hoffe es für dich niem gespielt jetzt wirds